Mir gefällt an meinem Beruf gut, kreativ zu sein und den täglichen Kundenkontakt. Kein Tag ist gleich, man hat immer wieder neue Leute und es ist immer spannend. Ich bin Rahel Schmid, ich bin im dritten Lehrjahr als Coefus und ich darf noch die Bärmässe dazu machen. Und ich habe den Beruf gewählt, weil ich jeden kreativ mit ihnen arbeite. Meine ersten Ebenen, die ich mache, sind das Haarwaschen und das Bönen und ich behandle vom Haar. Und über die Lehrzeit steigert sich dann auch immer mehr. Am Anfang schneidet man einfach an Modelle, also Familie und Freunde, die dann einfach anheben. Und dann darf man immer mehr machen, also mehr schneiden, färben, Mäsch machen, aufstecken. Also man kann sich sehr kreativ ausleben in den Beruf. In der Mitte unserer Lehrzeit haben wir eine Teilprüfung. Diese wird man getestet in der Grundtechnik, vom Schneiden. So ist es auch vom Gestalten der Frisuren. Man muss auch die Dauerwolle machen, einlegen. Und wenn ich den Beruf Coefus aussuche, sollte man Freude haben, um mit den Leuten zu arbeiten, denen seine Wünsche umsetzen können. So sollte man auch das kreative Arbeiten mit dem Haar, also mit der Materie. An diesem Beruf gefällt mir besonders gut, dass man nie die gleiche Frisur macht. Und am Schluss, wenn man einen Haarschnittsbetter hat oder aufstecken, dass man gerade das Ergebnis sieht und auch andere Menschen glücklich machen können und ihnen Freude machen kann. Wenn du jetzt auch Interesse hast an diesem Beruf, dann komm doch einfach zu uns. Geh für Irina, du kannst anrufen oder vorbeikommen. In diesem Fall, wir sehen uns und freuen uns auf dich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020